Die Abtei St. Envrold ist eine ehemalige benediktine Abtei in St. Envrold, Notre-Dame-Dubois im Departement Orn. Geschichte Die Abtei wurde vom heiligen Envrold Dauce unter dem Namen Abwei Dauce gegründet. Das Kloster wurde um 1050 unter dem Namen St. Envrold von den Familien Giroui und Grand Messende wieder aufgebaut. Sie erhielten dabei die Unterstützung der regionalen Klöster wie der Abtei Jumiges. Deren Filium St. Envrold nun wurde die Abtei Envrold wiederum beteiligte sich an der Gründung der Abtei St. Martin in Sees. Die Familie Grand Messende wiederum machte das Kloster zu ihrer Grablege. Der berühmteste Mönch in St. Envrold ist der Geschichtsschreiber Ordericus Vitalis, dessen Historia Ecclesiastica eine wesentliche Quelle für die Geschichte der Normandie, Englands, Italiens und natürlich der Abtei selbst ist. Ein weiterer Mönch in St. Envrold war der Chronist Geoffroy Malaterra. Abt Robert D. Grand Messende musste 1061, 62. außer Landes fliehen, um dem Zorn des Herzogs zu entgehen. Er ging nach Italien. Wo er das Kloster Santa Femia gründete, Abt Salon Dorgeres wurde 1091 Bischof von Sees. 1231 bis 1284 wurde die Abtei neu aufgebaut. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche der Abtei mit Skulpturen dekoriert. Im 15. Jahrhundert wurden ein neues Eingangsportal und eine Mauer um das Grundstück errichtet. Im 17. Jahrhundert wurde ein Wohngebäude aus Backsteinen hinzugefügt. Im Zuge der Französischen Revolution wurde die Abtei aufgelöst. Die Steine aus den Mauern der Gebäude wurden abgetragen und zum Bau anderer Gebäude verwendet. 1802 brach das Hauptgebäude zusammen. Die Ruinen bestehen heute aus verschiedenen architektonischen Elementen und geben einen Überblick darüber, wie das Gebäude früher ausgesehen hat. Sie wurden 1967 als Monumenthistorik klassifiziert. 18. Jahrhundert